In 3, 2, 1, jetzt Hallo Hallo Okay, ich versuch jetzt möglichst viele Leute gleichzeitig zu kopieren, okay? Mokieren Wie kopieren? Miau Hallo und herzlich willkommen, liebe Ladies und Gentle Nerds Was? Weil diesen Miau war nichts aus der Seele Was ist denn das jetzt, bitte? Der sagt aber, ich muss ja auch immer fett Okay, komm, bitte, bitte grillen, Zirpen, bitte, bitte Hallo, 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 hallo und dein herzliches Willkommen zurück zu Oh Gott Who is your mommy? Das heißt, who is your daddy? Nee, ich habe nicht alle Der eine heißt einfach Malboro Red Achso, er heißt, who is your mommy? Oh Gott Weiß nie Sinn, Malboro Red 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 Malboro Red, das passt doch einfach Unsere Diana heißt einfach Dr. Badaboo Red Oh Das war die Diana Oh Oh Scheiß Scheiße Sie machen sowas nicht Äh, ihr könnt Drake wieder machen, so Minute Wir gehen für schon eine Vayne, ist euch klar, lasst euch gleich da hin. Los geht's. Auch der Mond geht auf, Leute. Wir lassen das Gebüsch einfach sitzen an die Jungler und warten bis der Red Buff macht. Was machen wir? Wohin geht ihr? Wir machen ein Triple Smite Red Buff. So los geht's! Smite it! Smite ihr zuerst! Ihr habt den! Ihr seid zu bad! Ihr so rar kennt ihr! Witz! Nein! Alter Leute! Egal! Alter! Leute, weiter! Alter, warum macht ihr zu dritten Jungle? Teilt euch doch auf! Ne, Mann! Nein! Geht schneller! Leute, wir machen Drake, Drake, Drake! Frank! 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 Ganz sicher nicht ohne Smite! Doch, save! Jetzt komm doch! Ich hab keinen Smite! Ja, sie wird Smite! Soraka bekommt den! Jürgen, wo bist du jetzt? Ich hab den Smite nicht! Weißt du, Juli, wir schaffen den locker! Wenn du da gewählt bist! Nein! Schau dir doch nun mal live an! Ich hab Smite ab! Ja! Dann mach was! Mach jetzt was! Smite! Wow! Oh ja, er hat noch! Ja, weißt! Juli, der versteht das Prinzip nicht! Ich hab gesagt, es wird nichts! Ich wusste, dass du kommen! Ja, weil du nicht da gewesen bist! Und der Flame ist nicht uns! Weil wir scheiße waren! Und wir Spaß haben! Und wir wollen Serious rollen! Und du warst nicht da! Der Drake war als willkommen bei tausend! Hat er gar nicht gesagt, wir wollen Serious rollen? Bei tausend! Warte, ja! Bei tausend, wenn du da gewesen wärst! Easy hätten wir den bekommen! Jaaaa! Genau! Wenn du... Wir haben den... Dir ist schon klar, dass wir den auf tausend runtergebracht haben, bevor die Botline gekommen ist! Alles meine schon! Nein! Du hättest einfach... Ja! Man braucht halt... Man braucht halt zum trollen, braucht man halt doch noch ein bisschen bessere Spieler! Wozu haben wir denn... Bitteschön! Wenn wir schon trollen, dann hätte man auch ein bisschen Verstand haben können! Wir hätten das so locker machen können! So locker! Ich müsste da... Ich müsste lassen sehen, wie man kauft dir das halt echt ab! Das ist Serious gemeint mit dem Braille! Das ist mein voller Ernst! Ich dachte, das mit dem Serious war auch ein bisschen Verarsch! Das ist doch jetzt wieder eine Verarsche! What?! Dir ist bewusst, dass wir den Drake... Schau mal... Die Botline ist gekommen, weil es mit tausend Schaden gemacht wird! Ich flane nicht gerade dafür, ja? Das ist ernst gemeint! Ja, natürlich ist das ernst gemeint! Juni, wir hätten es auch geschafft mit dir! Sagst du ja! Ja, wir machen Drake! Jetzt aber, Juli! Komm! Ja, warte! Macht irgendwas! Hurra, Kasteelt! Oh Gott! Ich hab Smited! Es dauert nicht mehr lang, bis ich da bin! Es dauert nicht mehr lang, bis ich da bin! Leute! Wieso hast du denn nicht gegessen?! Weil ich nicht konnte! Hä?! Weil wir zwei Mana gefehlt haben! Du hast gesagt, du kannst essen! Ja! Warum hast du nicht gesmited? Wenn ich keinen Smite abgehabt hab! Den hab ich jetzt ab! Wir gehen hier gleich durch, sag ich euch! Kann nur ne! Pfff! 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 Geh, geh, Juli! Pfff! Der suck dich ab! Der suck dich ab! An! Boah, Alter! Absackt! Die machen 3 Smites! Die machen 3 Smites! Die machen eben Baron! Wir müssen smiten bei... Wenn die Baron machen, machen wir Baron! Wir müssen bei 680x3 plus 1000! Was? Bei 3000 können wir rein holen! Baron! 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 Healpods! Schneller! Zu welcher Einheit werden eigentlich... Schwertkämpfer? Boah, easy! Werden Schwertkämpfer zu... Schwertkämpfer werden zu... Jo, kein! Wir gewinnen! Und die werden... Ich hab halt echt gehofft! Zu einem Lancier werden die... Ne! Nein! Nein! André! Wir sind gerade in der Aufnahme! Jetzt halt mal der Maul! Weiß ob ihr in der Aufnahme seid! Wir sind in der Aufnahme! Wir sind in der Aufnahme! Pass auf alles! Ganz im Ernst! Dann sagts doch voll! Seid doch gestört! Haben wir! Aber du warst nicht da! Geh! Ah! 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 Oh! Das muss ich wirklich sagen! Alter! Was sagt das? Komm her du kleine Fuck Junge! Good Job Pascal! Pascal! Weiter geht's! Easy! Ja! Scheiß drauf! Wir brauchen den Push! Alter! Perfekt! Du lockst die weg, Juli! Beschäftige die so lange, Alter! Drake, Drake, Drake! Jetzt, Louis! Jetzt noch 5! 4! 3! Schnell weg hier! Gleich durch! Ja! Junge, jetzt ist Polen offen! Was? Es sind 3 bot! Wir können pushen! Top! Jaja, Baron! Baron! Jetzt! Niste Sache! Wir verlieren alle Baron-Buff! 10 zu 1! Oh! Wir müssen halt... Deedlo! 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 Leute! Protect, partner! Protect, partner! Protect, partner! Protect doch mich! Mitte rein pushen! Finish, Leute! Finish, Leute! Oh! 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 Wieso funktioniert das immer? Wieso? Weil wir uns da anstrengen! Weil wir die Gegner verwirren! Das ist psychologische Taktik!